Hallo und herzlich willkommen zurück bei L.A. Noire. Beim letzten Mal haben wir angefangen die Schnitzeljagd des Origami-Killers, wollte ich gerade schon sagen, des BD-Killers zu verfolgen. Und der letzte Hinweis, den wir bekommen haben, da ging es ja um einen Ball geformt aus 1000 Bällen. Und die Suche war gar nicht so schwer, denn wir sind aktuell hier und ich habe einfach das nächste Fragezeichen angeklickt oder angewählt. Und das war das Kunstmuseum und guckt mal da, da ist eine Sphäre. Was wäre das hier noch? Ein verschicktes Fahrzeug. Ja, okay. Also es war wirklich einfach nur dieser Move gerade. Zack. Ach, guck mal. Und es ist sogar richtig. Ja, das war auf jeden Fall der leichteste Hinweis von allen an dieser Stelle. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Weil die Unterhaltung, äh, ja, musste ich jetzt gerade unterbrechen. Das tut mir leid. Und ja, natürlich, das Ding passt ja auch wirklich wunderbar, weil man noch durch diesen, ja, durch diesen Ehegarten muss. Oh, warte mal. Da sind doch Sachen versteckt. Okay, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass da noch eine Schallplatte oder eine Zeitung liegt. Das Zentrum des proverbialen Labyrinths? Wie lange ist ein Stück von String? Wie viele unsolten Mörderer haben wir in dieser Stadt bekommen? So. Guten Tag. Ich bin Polizist. Ich werde jetzt dieses Labyrinth... Ja, ich bin der aus der Zeitung. Das ist richtig. Oh Gott. Wie war nochmal die Taktik für ein Labyrinth? Ja, die Kamera lässt sich jetzt auch nicht wirklich so hoch stellen, dass man genau sehen könnte. Ja, ne, das macht keinen Sinn. Das sage ich jetzt. Also solange ich hier so folgen kann, ist das ja alles cool. Sobald dann aber gleich eine Entscheidung ansteht, links oder rechts oder so... Ja, oder sowas halt. Ich gehe mal links. Das wird schon schwieriger, vor allem weil wir dann rechts geführt werden. Ich war ja noch nie in einem richtigen Labyrinth, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt wegen der Polizeiarbeit hier bist, da kannst du doch... Okay, cool. Aber da kannst du doch theoretisch auch einfach sagen, hier, ich gehe jetzt mal durch die Hecke. Das ging trotzdem relativ schnell. Was ist mit Selene Axford-Henry? Ja. Altäre, Throne, Tribunale, Kerker. Von unglückseligen Menschen einst besetzt, die Skepter trugen. Tiaras, Schwerter, Ketten und Folianten. Vollverdrehten rechts, bewundert stets von blödem Unverstand. Sie glichen und nun, äh, nun den Gespenstern eines längst bescheulenden Ruhms, die im Triumph von ihren Obelisken schauen. Throne, Altare, Judgmentseite und Prisons. Nein, es könnte nicht sein. Siehst du? Das war einfach. Ich habe Selene Henrys Ring gefunden. Wie weit geht das Ding? Wie können wir diesen Kater nicht kümmern? Quatsch, so. Wo war denn das Ding nochmal? Ich werde da jetzt irgendwie, also, ja, nice. Cool. Ja, aber wie gesagt, ne, jetzt wo man dann weiß, dass man dann automatisch, äh, angezeigt bekommt, dass es das auch noch ist, direkt, wenn man es richtig antippt, jetzt hätte man wirklich Trial and Error einfach jedes Ding abgehen können. Aber gut. Komm schon, Rusty. He's leaving us this trail of evidence. Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy, who had the stouts with God. Very good. You thinking about reading some Shelly? All that egghead stuff? Ah, I'm sticking to the funny papers and the forum guy. You sleep better at night. Ich kann mir das auch nicht wirklich vorstellen, dass Rusty sich sowas dann durchliest. Ich meine, würde ich auch nicht tun, mal davon abgesehen, aber bei Rusty kann ich es mir wirklich sehr schlecht vorstellen. Natürlich ist es jetzt auch noch dunkel und regnet, ne, ganz klar. Und da sind wir doch auch schon. Filmset. Das ist ja das, wo wir... Wie hieß da nochmal? Mark Bishop, ne? Genau, wo alles hier eingestürzt ist. Na, das wird ja jetzt witzig. Das wird ja jetzt richtig witzig. Hm. Bei den Treppen bin ich mir zumindest mal sicher, dass es der Anfang... Also, dass es der Anfang zumindest richtig ist. Und jetzt stürzt doch wieder alles eingleich. Jesus, jetzt schau dir was du hast. Hör auf, Paul, ich werde dich weg. Wo hätte ich denn jetzt hinfallen müssen? Ähm. Jesus, jetzt schau dir was du hast. Hör auf, Paul, ich werde dich weg. Ich weiß leider nicht, wo ich hin muss. Also, wir müssen auf Rusty warten. Okay. Ich glaube, viel länger hätte ich das jetzt auch nicht hin... Achso, das ist es schon. Echt? Nicht auf dem Altar? Okay, muss ja trocken bleiben, ne? Ich verstehe schon. Mit dem riesen Loch in der Decke. Na, was bist du? Ein Typwriter-Ring. Evelyn Summers. Oh, Bann, die Angst aus jenem stieren Blick. Die bleichen Lippen schließt und lasst sie stirn. Die Dornverwundete nicht überströmen vom Blut. Es mengt mit deinen Tränen sich. Die Augen, die in Schmerzen rollen, las in Frieden und im Tode still. Kampfkreuzesstamm nicht schüttern. Die blassen Finger sollen so nicht spielen. Oh, Schrecklicher, ich spreche nicht deinen Namen. Erwart zum Fluch. Ich sehe den Weisen, Milden. Sehe den Erhabenen, den Gerechten. Die Gehasst von deinen Sklaven, weil dir gleich durch faule Lügen sehe die einen ich, verjagt von ihres Herzens heim, dem früh gewählten, spätgeklagten Heim. Kennt ihr das, wenn ihr was lest und ihr rafft, also den Ort, den er zu Hause nimmt? Ich hätte schon wieder längst vergessen, was in diesem Brief stand, nachdem ich hier gerade so mein Leben gedeckt habe. Muss ich aber wirklich so sagen. Okay, gucken wir nochmal rein. Oh, Bann, die Angst aus jenem stieren Blick, die Augen, die in Schmerzen rollen, las in Frieden und im Tode still stehen. Oder lass. So soll dein Krampf den Kreuzesstamm nicht schüttern. Erwart zum Fluch. Ich sehe den Weisen, Milden, seh den Erhabenen, den Gerechten. Die Gehasst von deinen Sklaven, weil dir gleich durch faule Lügen sehe die einen ich, verjagt von ihres Herzens Heim, dem früh gewählten, spätgeklagten Heim. Mhm. Jetzt habe ich eine Idee. Spätgeklagtes Heim. Ja, klar. Also wurden uns wirklich die Sachen angezeigt, die noch relevant werden. Nichts weiter. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich weiß nicht, Milden. 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 Der Mann hat sich in der Schmerzen schlauchte Frauen in der Schmerzen für eine halbe Jahre, vielleicht länger. Er hat sich in der Schmerzen und dann planten die Wahrheit so dass wir immer jemanden zu gehen. Ja, genau. Spätbeklagtes Heim. Ergibt sehr viel Sinn. Oh, guck mal, was da Gold geworden ist. Holy shit. Gleich kommt ein Dark Souls-Boss. Oh, guck mal, was da Gold geworden ist. Oh, guck mal, was da Gold geworden ist. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Do you remember me, Detective? The Temp-Bartender. Yes, you found me. You know, what I'm capable of, and yet you walk in here like Lambs, dressed for the slaughter. We'll see about that. Garrett Mason. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht erkannt. Also ja, schon irgendwie bekanntes Gesicht. Aber hätte ich jetzt nicht mehr hingekriegt, glaube ich. Dass es der ist. LAPD! Give yourself up! Okay, ja. Wird getippt. Getippt mit den... Der Schreibmaschine. Der hat hier dann auch einfach gewohnt. Oh, ist das unangenehm dunkel hier. Oh, äh, okay. Holy... Okay. Ich habe das Gefühl, dass das ein Ort war, Rusty. Das ist die Basis für all seine Riedel. Prometheus hat die Krügel-Göden. Der Mann denkt, dass er das gleiche macht. Das ist die Krügel-Göden, die Krügel-Göden kann sein. Ich finde es trotzdem interessant, wie viel Zeit wir gerade einfach haben, uns umzuschauen. Ach, guck mal. Eine Radmutter, ein Schlüssel. Ja, aber wie rum? Ah. Ja, warte. So. Mhm. Das ist wohl wahr. Oh, scheiße. Das ist auch noch so scheiße dunkel hier auf meinem Bildschirm. Warum die Polizoforce? Ja, das ist ja klar. Zwei Feuer, sofort. Okay. Ganz vorsichtig. Reinforstungen sind auf der Weg. Zwei und zerstört. Habe ich das Gefühl, dass du eine persönliche Reduktion suchen möchtest? zum glück lässt er sich gerade gut zum glück lässt er sich gerade ganz gut ich hab den jetzt gerade auf dem rechten ohr gehört also weiß ich dass ich links relativ selbst und jetzt habe ich ihn auf links Das Ding ist, ich sehe auf dem Vorschaumonitor gerade besser, also gerade heller als auf meinem eigenen Monitor, also auf dem Spielmonitor. Das Ding ist nur, der Vorschaumonitor ist ein bisschen verzögert, heißt, ich kann über den einfach nicht suchen. Kann ich einfach durch die Mitte? Natürlich nicht. Jetzt habe ich den nämlich verloren. Oh, doch nicht. Okay, jetzt kamen die Schüsse von rechts. Aber nicht von diesem rechts. Geht's da hinten rechts ab? Nee, oder? Das heißt, ich kann hier an der linken Wand... Okay, und da gibt's natürlich eine Treppe nach oben. Okay. Okay, ich geh jetzt einfach mal hier lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm, nochmal. Einmal noch. Halt den Kopf raus. Den hatte ich doch jetzt aber. Oh Gott, ist das unangenehm. Verdächtige Person... Wollt ihr mich verarschen? Ja, 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 genau. Du bist ein interessanter Mann, Detective. Warum die Polizei? Warum die Polizei? Du bist jetzt nicht zufrieden. Obwohl du dich nicht zufrieden. Die Bewerbschaft sind auf der Weg. Sie sind auf der Weg. Sie sind auf dem Weg. Sie sind auf der Weg. Sie sind auf dem Weg. Sie sind auf dem Weg. Und Sie sind auf dem Weg. Also wahrscheinlich muss ich einfach auch immer dann rennen, wenn er rennt. Ich darf den gar nicht treffen, oder was? Surrender jetzt, oder werde ich schon mitmachläuten. Are you equated with slaughter? Was es attractive? Have you felt the fear? Understood the power? Are you comfortable out of the light, Officer? Are you comfortable? This thing has come to an end. You know that. Boah, Alter, ist das grade ätzend. Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank. 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 Das ist nur für nur Mordens, wie wir, Rusty. Es gibt keine Ahnung mehr von ihnen. Die Stadt baut euch beide. Aber es gibt keine Ahnung, dass sie das nicht mehr bringen. Was wird mit den Behandlungen passieren, Kapitän? Ich werde nicht ein Teil davon sein. Ein bisschen missbrauchen an der Grand Jury. Ein Procedural-Error hier, ein Fehler dort. Es wird alles ruhig geblieben. Die D.A. weiß, wie wir es haben. Das ist es? Ich bin Angst, es ist. Und ich habe ein paar Worte für euch, Phelps. Keine Ahnung mehr von den Kadaversen und Körpersen für euch. Der Herr von Vyse ist der Herr von dir. Ich bin froh, dass ihr zu den Glorien, die von Vyse, wenn meine Hände sind. Geh nach dem schönen Wälder von euch und feiern. Die Kunst des Mordens Was zur Hölle? Der Fall der Black Dahlia bleibt ungelöst, nur eine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Und wir sind jetzt im Sitten-Dezernat. Und Sitte ist doch, glaube ich, ganz viel mit... ...Drogengeschichten, oder? Und Sitte ist doch, glaube ich. Das ist so schlimm wie es ist, Kind. Aber du stehst mit dem Marine neben dir, und er wird mit dir stehen. So, die Leute, die sind nicht sehr friendly, Sarge. Sie haben viele Freunde in den letzten paar Tagen verloren, Kind. Sie denken, wenn sie dich nicht kennenlernen, dann werden sie dich schiefst. Sie sind falsch. Es funktioniert nicht so. Dann gehen Sie damit weg. Nein, keine Marine in dieser Gesellschaft werden dich nachbauen. Black Caesar Black Caesar Caesar Phelps, welcome to Vice. This is your new partner, Roy Earl. Take a seat. A special request was made to transfer you to add Vice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have two dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We've got better things to be doing than wasting our time on two dead junkies. Did I ask your opinion, detective? Two men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Yes, sir. You and the lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole? I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? Well, the lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay. Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pin-up boy. War hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero detective. Okay. Let's route some hopheads. Ja, scheue ich nur ein paar Süchtige. Klar. Natürlich. Neue Karre. Und ich würde sagen, den Rest dieser Folge verbringen wir einfach damit, die Stadt kennenzulernen. Nice car. You idiot. Yeah, nice car. Nice car, Roy. Is it department issue? No. This is my sled. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in bicycle. Meanwhile, we got needlefreaks kissing a goodbye all over Central Avenue. This is auch noch sein eigener Privatwagen. The facility officer needs assistance. 1825 North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue. Unit to handle code to identify. Aber das heißt, sein eigener Privatwagen hat einfach eine Sirene eingebaut. Ich bin unsicher. Ich bin unsicher, ob das überhaupt gestattet ist. Ja, Stadt kennenzulernen wird dann wohl nix. Wenn uns so ein Fall dazwischen kommt. Obwohl, ich kann ja mal gucken, ob in der Nähe des Straßenverbrechens... Okay. In der Nähe des Straßenverbrechens noch irgendwas ist. Hier oben ist doch noch ein verstecktes Fahrzeug. Nehmen wir doch einfach das mit. Wenn das heute nicht mehr klappt, dann... Oh Gott. Dann zumindest am... Dann zumindest in der nächsten Folge... Oh, hi. Musso und Franks. Äh, dazu wird es in der nächsten Folge, wenn es dann darum geht... Zum richtigen Tatort zu kommen. Der ist ja auch direkt in der Nähe. Die blaue Linie. Wurde deutlich überschritten in diesem Moment. Hey, where are you going? Detective Phelps. I got the call for assistance. Who are the suspects? Bank robbers. Same gang that took the Citizens National Trust in savings last month. Don't stay alone. Bye-bye, cops. Du kannst ihn aus der Entfernung, wo dich treffen? Ja, super. Dann muss ich erst umdrehen. So. Oh, komm. Ach, komm. Shit. Alter, das ist euer Ernst. Alle erschossen. Mal wieder. Ich hab niemanden überleben lassen, Roy. Hast du das gesehen? Ich find's aber schön, dass ich, egal wo, bei welcher, äh, bei welchem Dezernat man angestellt ist. Achso, sorry. Es ist komplett egal. So. Ähm. Die Straßenverbrechen, äh, verblechen. Die Straßenverbrechen bleiben immer gleich. Oh, er redet schneller mit uns als Rusty. Oh, ist das schön. Aber der Wagen fährt sich auch viel, viel besser. So insgesamt. So insgesamt ein sehr freudiger Aufstieg. So, du wirst mir, äh, wirst ganz kurz warten müssen hier. Irgendwo hier soll ein Wagen stehen. Aber doch nicht mehr hier oben. Das macht doch gar keinen Sinn. Ah. Angel City Security. Okay. Ah, natürlich. Holy shit. Aber kein Polizeiwagen. Schönes Ding. Solche Autos sind es daneben. Okay. Aber keine Sorge, Roy. Wir nehmen, wir nehmen deine Karre. Roy? Ich glaube, Roy hängt. Ähm. Kannst du das machen? Das hat ja gut funktioniert. Okay. Ja. Unser Partner bleibt in der Luft stehen. Wir fahren einfach mal zur... Oder? Kommt er? Nö. Wir fahren mal zum Tatort. Er wird ja nachgeportet, hoffentlich. Ja. Da ist er im Auto. Alles gut. Hallo, hallo. Ich muss da immer durch. Alles klar. Dann rede ich mit den Leuten da gar nicht. Oh, hi. Doch. Ich rede mit dir. Du und Mal sind gute Freunde, oder? Kannst du Tür zu Tür gehen? Mal sehen, wie viele von den Nachbarn sind. Erstes, was wir getan haben, als das Apartment sich gehalten war. Woher hat Vicks sich selbst gehalten? Die einzige Zeit, die jemanden sie gesehen hat, war, als sie zu den Räumen nach dem Räumen für ein bisschen Seelfeut. Okay. Dann kann ich mit euch bestimmt auch noch reden. Ihr steht innerhalb der abgesperrten Zone. Das ist eine gesperrte Zone. Ihr müsst alle wegziehen. Jetzt. Wieso stehen die in der abgesperrten Zone, Leute? Was soll das denn? Okay. Hier drüben. Hier drüben. Das ist ein bisschen zu viel von seinem eigenen Produkt, und Jack D. hat die Exception. Er wurde nicht so schlecht gehalten. Er ist Lamont. Tyrone Lamont. Also, wer ist die Drogen? Das ist einfach. Wer hat die Wurz in San Pedro gehalten? Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope hat sich immer wieder auf den Weg, seit Jimmy Udley begann die lange Zeit bei Quentin. Du sagst es wie ein System. Es war ein System. Aber die Zeit sind lange weg. Wir müssen die Verhältnis halten. Ja, und wir tun. Aber wir können nicht ändern. Die Wahrheit ist, Alles klar. Oh nein, sie haben Popcorn verschüttet. Ich glaube, da ist Geld drin. Tyrone Anthony Lamont. Tyrone Lamont. Auszahlung auf Nummer 746 Samstagnacht. Lotterieschein. Das mag wohl richtig sein. Ansonsten, das Geld hier oben ist egal. Okay. Wir hatten gerade noch den Hinweis bekommen. Ah. Okay. Stand ja gerade noch, dass man mit X genauer nachgucken kann. Okay, Gesicht ist erstmal nichts los. Er ist was in der Brusttasche auf jeden Fall, aber das sehen wir gleich nochmal. Arm ist halt zerstochen. Okay, und sie sind... Cornel Eustace Tyree? Eustace? Ich weiß es nicht. Ich sage nur, dass der Good die junger. Ich hoffe, dass es in deinem Fall war. J.J. hört immer 275FM. Wer ist J.J.? Und warum interessiert diese beiden über seinen Garten und Musik? Mhm. Sie sind nie das gleiche, oder? Sieht so aus, dass es immer so endet. Okay, er hat aber auf beiden Seiten drei Einstiche. Das Interessierte auf der anderen Seite jetzt irgendwie komischerweise nicht, aber gut. Seltsames Gekritzel. Aber hat halt auch irgendwas mit Glücksspiel wahrscheinlich zu tun. All in my mind. Musik von Andrew Hale und Simon Hale. Diese Arme sind leer. Diese Hände sind kalt. Ich weiß nicht, was die Korrelation ist zwischen dem Liebe der Niedel und der Liebe der Musik. Okay. Und der Becher nochmal. Können wir auch drunterschauen? Ein anderes spezielles Urteil vom Caesar. Du kriegst immer die guten Abfärbs. Kriegst immer die guten Abfärbs. Dankeschön. Und hier nochmal ein Becher. Und hey, auch was drunter getaped. Okay, haben beide Musik gemacht. Die wiederholt sich gerade. Roy hat auch schon irgendwie drei, viermal das gleiche gesagt. Ich muss da mal durch. Das hatten wir schon. Und jetzt gucken wir uns ihn mal an. Okay, auf dem Tisch sind wir soweit durch. Hier auch nochmal. Morphium Tatrat. Finde ich aber auch eine interessante Mechanik. Oder? Also so eine Nadel. Mh. Ähm. Ne, einfach so eine Tube mit einer Nadel. Mh. 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 Na gut. Ich glaube die ganzen Becher müssen wir uns nicht unbedingt so genau nochmal angucken. Sagte er und fand den Becher. Oh. Wir müssen uns doch nochmal alle angucken. Da ist eine Nadel drunter. Und fliegen auf dem linken Ohr. Alles gefunden. Alles gefunden. Ja. Das soll's dann an diesem Tatort erstmal gewesen sein. Wir haben alles gefunden. Und wir werden uns genauer umhören in der nächsten Folge bei L.A. Noah. Unser erster Fall bei der Sitzung. Ich bin sehr gespannt. Freue mich wenn ihr wieder einschaltet. Also bis dahin. Und ciao.